Den Membership kann man im Coinshop kaufen und ja. Man kann sich ihn gerne natürlich angucken, wenn man möchte. Man kann auch In-Game kaufen, aber wird teuer werden. Und hier Geld zu kriegen ist schwer, weil man muss wirklich Pokémon traden. Ich hab gerade mal auf Get Coins gedrückt, aber da ging irgendwie einfach nur direkt eiskalt die PayPal-Seite auf. Genau, du kannst nur mit PayPal Coins aufladen. Ja, statt nicht mehr da, das kostet jetzt so viel oder so zum Aufladen, also da geht einfach die Seite auf. Genau, 5 Euro oder so zahlst du für 100 oder 200 Coins. Ich hab's mal gemacht, auf meinem, also auf dem blauen Server. Hab auch einen Reinstier. Was? Oh, das ist ja, das ist ja sehr, also das finde ich nicht fair, dass man als männlicher Spieler kein Sailor Moon Outfit anziehen kann. Ja, das hat mich auch etwas irritiert. Aber Goff-Klamotten kann ich anziehen erstmal so noch. Wir haben sehr feminine Freunde hier. Lasst euch nicht täuschen. Nein, wir wollen sie halt einfach nur alle gleichberechtigt haben. Die wollen gerne, die wollen gerne Sailor Moon, die möchten sich gerne in Sailor Moon verwandeln. Ich möchte aber gerne Sailor Mars sein, wenn ich bitten darf, ja. Oh, das stimmt aber nicht, ne? Sailor Merkur. Ich möchte Blubber Blasen schießen. Die Blubber Blasen, Blasen Baby. So, lass mal hier ein bisschen losgehen. Ja, dann kommen sie mal mit. Ich will gegen dich kämpfen, aber du wirst verlieren. Ist ja okay, mein Gott. Nee, 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 du hast das schwächere Pokémon, das ist unfair. Achso, nee, äh, der Hayokai will nochmal Pokédex geben. Ich hab den Pokédex vergessen mitzunehmen. Achso, lol. Ich muss jetzt erstmal zu meiner Mutti, mein Kollege läuft von allein. Genau, das ist Standard. Kollege Schnürschuh darf sich jetzt die PIN. Wie viele Töchter und Söhne hat unsere Mutter eigentlich, ey. Das willst du gar nicht wissen. Das willst du gar nicht wissen. Tausender. Tausender, aber Tausender. Ich möchte noch was zu sagen, ähm, jemand oder irgendjemand, der dieses Spiel spielt und eine Nasslock-Challenge machen möchte. Lasst es. Lasst es einfach. Ja. Ihr werdet spätestens wahrscheinlich ab dem dritten Arena verkacken. Wenn nicht sogar beim ersten Ratzfratz das Level 2 ist. Lasst es einfach. Lasst es. Ich würde nicht mal sagen, dass. Also, man kann es schaffen, die Arenen mit einer Nasslock-Challenge zu siegen. Das ist wirklich möglich, aber man sollte es nicht machen. Was dann allerdings kommt, also die, äh, Liga, da ist das was anderes, weil, wenn man da keine guten Pokémon hat, mit halbwegs vernünftigen EV-Werten und auch guten EV-Werten, dann... Du kannst ja gar nicht bescheißen hier. Wenn du deinen Nasslock machst, dann ist das halt so. Du kannst ja nicht einfach deinen alten Spielstand laden. Ja, das stimmt. Das ist es. Und, ähm, das Problem ist, die Pokémon sind wirklich schwer und du wirst es gleich sehen, was ich meine. Wirklich. Ein Level 2 Ratzfratz. Mach zweimal Ruckzug. Ruckzug-Keep und du bist tot. Ja. Wenn nicht sogar einmal. Außer du hast natürlich so ein Wiesersamen wie ich, was also ziemlich viel DEF hat. Mit 31 EV DEF-Wert ist kein Problem gewesen. Ah ja, und das ist halt das Kampfsystem. Es ist zwar schlicht gehalten. Ähm, man kann sagen, es ist so die... das Pokémon-Kampfsystem aus Schwarz-Weiß 2. Es gibt nur wenige Attacken, die eine Animation haben, wie Surfer, Flammenwurf und sowas. Leider. Okay. Oh, schon fast down. Wann machst du? Der Lampi hat ja jetzt schon gekämpft. Ja, ich auch. Ich hab das, ich hab das Evoli angeklickt, und hat Jackson gesagt, ey, das ist aber meins. Genau, und jetzt kannst du dann gegen Jackson kämpfen, Pedro Evo gegen Level 3. Ja. Labalaba, labarababa. Ah, okay. Hey, Rosana, hallo. Man kann, man kann leider nicht zugucken. Nee, leider. Kann man nicht. Nee, das kann man leider nicht. Das könnte man, glaub ich, bei Poké-MMO. Hm, das freu ich nicht. Ach, weißt du, was ich jetzt gerade auch wieder sehe, weil ich vermisst habe in der dritten Region. Die ganzen Bäume, die schlafen, die du mit Kopfnuss wegbangen kannst. Hast du in der dritten Region nicht? Nein. Du hast vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich hab bis jetzt in der ganzen Region die Stellen, wo ich war, keinen einzigen Raum gesehen, wo du eine Kopfnuss benutzt hättest können. Also für ein Level 3 Ev war das ganz schön stark. Ja. Das Spiel, jede, du kannst Pokémon rot, blau, gelb, beziehungsweise erste Gen, zweite Gen, dritte Gen und so weiter gespielt haben. Die Level der Trainer und, beziehungsweise Arenaleiter und Top 4, die siehst du nicht. Du kannst nicht erraten, was es für ein Level ist. Auch das Level, was sie in den Spielen haben, entspricht, entspricht die Stärke definitiv nicht. Hm. Es wird sogar gesagt, dass man mindestens Level 80er Pokémon haben muss, um die Top 4 zu machen. Das schon in der Kanto. Die Joto, äh, solltest du auch schon 85, 90 plus sein. Okay. Und, äh, die Höhenregion ist dann auch so. Allerdings, je mehr Regionen die einbauen, desto mehr müssen sie das auch reduzieren. So, kann von mir jetzt losgehen, sozusagen. Dann sind wir schon mal auf der ersten Route. Mit dem Elder Lawrence. Hat der was Schönes? Ne, wahrscheinlich nicht. Und jetzt kommt der erste Gang. Vielleicht noch erklären. Warum ist hier Winter? Was hier für Pokémon sind, die hier so rumlaufen. Wie die Smetbo, was direkt vor meinem Gesicht ist. Ja. Das sind, äh, wilde Pokémon, die kann man ansprechen. Und die werden dann auf dem Pokédex registriert. Genau. Außer bei manchen Psycho-Pokémon, die erzählen dir dann irgendwas. Oh, ich sollte vielleicht mal, äh... Ich hab die Berries mitgenommen. Ich muss mal ganz kurz zu der Mama mich heilen gehen. Ja, da war ich auch schon. Nach dem Kampf mit Eevee war mein Squirtle schon ein bisschen gedamaged. Um die krassen Passworts zu droppen. Ich muss mal eben heilen gehen. Das ist ein bisschen, äh, hoch. Oh, ein Level 4 Pidgey. Wie, bis welchen Level kann man die am Anfang fangen? Eigentlich ist der Level 5 normal, dass man die fängt, oder? Nee, Level 2 bis 4 am Anfang. Doch, nur 4? Also du kannst die fangen, aber die Frage ist, ob es dir was bringt. Ja, also mehr als ein Pokémon dabei zu haben, ist, glaub ich, schon ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall ein Problem machen bei der ersten Arena. Weil mit einem guten Mann da... Da gibt's ja den guten, äh, das gute, die von Vertania City aus links ist. Genau. Ich möchte auch noch erwähnen, für die Leute, die jetzt noch nicht kennen das Spiel, oder neu anfangen, holt euch einen Ratzfratz. Hä? Denn dieses Ratzfratz müsst ihr bis Level 80 leveln, damit ihr in die Höhenregion kommt. Hä? Ihr könnt, ihr könnt es nicht getauscht bekommen, ihr müsst ein eigenes Ratzfratz auf Level 80 leveln. Was? Ist jetzt so. Ja. Alter, das Ratzfratz frickt mich gleich um. Oh, ich geh immer wieder in den Chat rein. Ja, Mutti, ich möchte gerne schlafen. Tschüss. Ich hab Ratzfratz gefangen. Noch eine, ähm, ziemlich geile Sache, würde ich sagen, wenn du Pokémon-Pätze frei hast. Und du bist gerade im Pokémon-Kampf drin und willst das Pokémon fangen. Hm. Siehst du? Bevor das Pokémon überhaupt gefangen ist, auf der linken Seite schon, dass das Pokémon gefangen wurde. Ja, genau. Das ploppt dann auf. Das war auch bei Pokémon genauso. Genau. Ah, Ratzfratz. Siehst du? Level 5 Ratzfratz. Hab ich auch. Männlich. Ja, männlich. Genau. Checker. Ey, die IV-Werte sind gar nicht mal so schlecht. ATK 29, DEV 12, Speed 30, Spezialangriff 4, SpezialDEV 5 von HP 31. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, dann kann man was anfangen. Jo. Boah, Critical Hit, alter Shit. Aber es eignet sich trotzdem nicht wirklich, um hier zu reisen. Nee. Es geht auch wirklich nur darum, dass ich das Ratzfratz habe, weil man wirklich dieses Pokémon später auf Level 80 braucht. Ja. Ich hab einen Ratzfratz gefangen. Allerdings kann man das Ratzfratz dann später auch in der Joto-Region leveln. Ähm, in der Drachenhöhle. Da kriegst du wirklich perfekte Erfahrungspunkte, das ist nice. Fast jeder Kampf gibt dir 30.000 Erfahrungspunkte, wenigstens sogar 50.000. Achso, ähm, ja. Raichu. Eigentlich wär das hier perfekt für nen Stream. Ja, das ist eigentlich ziemlich perfekt für nen Stream. Das stimmt. Ja, man kann ja... So, jetzt ist es Zeit für oder zu trainieren. Ähm... Weißt du, der alte Manch hier, der gibt einem gratis einen. Äh... Noch ein Future, was in diesem Spiel ist, jeder Pokémon-Trainer, den ihr besiegt habt, ist innerhalb einer Woche wieder bekämpfbar. Egal, ob Arenaleiter oder nicht. Hm, cool. Ja. Nein, nicht Quick Attack! Nein, Squirtle! Oh. Ey, weißt du, du verreckst regelrecht schon an Level 2er, 5er Pokémon. Ey, cool, man kriegt aber Geld von dem wilden Pokémon, das wäre nett von denen. Ja. Warum geht das denn her? Das ändert immer so ein bisschen. Guck dir mal die Menge an. Ich möchte mal erwähnen, du brauchst für das Fahrrad, ich glaub 50.000 Gold. Nur für das Fahrrad. Oder 75. Hä? Vorher hast du ein Million gekostet. Ja, du hast aber kostenlos dieses Ticket bekommen dafür. Ja. Und hier bist du gezwungen, das Ticket für 75.000 zu kaufen, damit du das Fahrrad kriegst. Du sollst nämlich jemanden seine Schulden abbezahlen. Genau. Und, ähm, du brauchst dieses Fahrrad, um für 50.000 Fliegen zu kaufen. Fliegen, ähm, hat in diesem Spiel keinerlei Wirkung, außer im Kampf. Das heißt, Fliegen ist nutzlos. Ähm, man braucht sie, um quasi eine Untergrundbahn, ja, freizuschalten. Und die Mission ist eigentlich relativ easy, weil man muss 50.000 bezahlen für dieses, äh, für Fliegen. Ne, für ein Paket. Ähm, dieses Paket musst du dann, glaub ich, jemanden bringen oder von jemandem holen. Das musst du dann wiederum zum jemand anderes bringen. Dann musst du von einem Tauboga eine Feder fahren. Wenn man die hat, dann, äh, kriegt man quasi die Möglichkeit auch die U-Bahn zu fahren. Ich habe es selber noch nicht geschafft, weil ich jetzt auch gerade in der Jod-, äh, in der Höne gehen und denken kann deswegen gar nichts machen. Das geht nicht um den Kanto. Ja. Äh, wie heißt das? Kobusche Eichhörnchen Pokémon? Weiß grad den Namen nicht. Eichhörnchen? Ja, äh, gar genau. Achso, Pachirisu. Äh, ne, es heißt ja, äh, Sentret. Fällt grad der deutsche Name nicht ein. Äh, Visor? Äh, Visor, ja, stimmt, genau. Visor könnte es sein, oder? Ne, war das... Ist das noch was? Ach so, scheißegal, ich mach's tot. Also, Visor und Visenior gibt es noch, ja. Naja, die gibt's hier dann da mehr. Hier ist auch die Liste mit Pokémon. Ja. Einige, äh, ach ja, ähm, Lompi, öffne mal das Fenster rechts, da wo du, äh, die Pokémon siehst auf der Route. Mach ich sofort. Tja. Dann müsstest du da auch ein rosanes, niedernes, äh, Fragezeichen geben. Ja. Dies sind Memberships Pokémon, die kriegen wir nicht. Ah, okay. Ja. Ja. Dafür musst du Geld bezahlen, sozusagen. Ja. Ja. Okay. Memberchip. Kannst auch kein Memberchip so kaufen. Gut, aber teuer. Weil die Spieler sind ein bisschen eigen, was die Preise betrifft. Ja. Und da das Hauptaugenmerk auf den Pokémon liegt, bist du auch gezwungen mit Pokémon zu traden. Na ja, was heißt jetzt? Kannst halt drauf verzichten. Na ja, aber es dauert halt wirklich lange dann. Mal eben die tausend von Dollar, die du brauchst. Ach, also ich hatte bisher keine Schwierigkeiten. Warum ist hier Schnee? Genau. Ja, das habe ich auch nie verstanden. Ja. Man muss aber dazu sagen, anfangs war es nur die erste Stadt. Also, die, ähm, hier, Alabastia. Jetzt ist es mittlerweile bis zur ersten, quasi, achten Arena Stadt. Äh, äh, Schnee. Ja, aber nicht die ganze Zeit. Hm, doch. Also... Nein. Ja, ne, anfangs war es nicht, aber jetzt ist es die ganze Zeit. Ne, ne, nein, hier ist kein Schnee. Überall. Der Schnee ist vielleicht bisher Tania City. Ja, das meine ich ja. Na, scheiße, verloren. Ging, Ratz, Ratz. Achso, da ist ja die 8a. Ja. Die ist ja direkt in der ersten Stadt, quasi, wo man dieses Paket für Professor Eichel... Das habe ich auch nie verstanden. Das ist halt die 8a. Und das ist das simpelste. Haha. Nur ein einziges Pokémon. Haha. Nur ein einziges fucking Pokémon. Und das ist auch noch, äh... Ja. Noch nicht mal richtiges. Eigentlich. Hat man sich mit zwei Angriffen besiegt. War ich schon schlecht. Der einfachste, äh, Arenaleiter. Ja. Hey, wie kann ich denn meine Pokémon-Plätze tauschen hier? Ähm, einfach da eine Liste hochziehen. Er geht nicht. Achso, bist du im Kampf drin? Nein, nein, ich bin nicht im Kampf. Hm, kann ich das einmal anklicken und dann ziehen? Ja. Das ist Pokémon. Hä, vielleicht war ich auch zu dumm gerade? Oh, der ist nicht registriert, das kann auch sein. Nee, nee, nee. Hm. Ah, ich muss die direkt aufeinander ziehen. Nicht einfach da drüber ziehen, sondern direkt aufeinander ziehen. Nee, nee, nee. Achso, ja, ja. Okay. Und wenn du deinen Pokémon, äh, Bären oder sowas geben willst, dann musst du die Bäre auch auf die Pokémon ziehen. Okay. So. Und, ähm, es gibt noch was. Nämlich die Items, die du hier bekommst. Resetten auch noch in einer Woche. Das heißt, du kannst Sonderbonbons auf Mars fahren. Die kannst du sogar auch gut verkaufen, Sonderbonbons. Ja, wir sind sehr beliebt. Zum Level. Mhm. Vorzüglich für die letzten drei Level, zum Beispiel, oder letzten fünf Level. Ja. Oh, ich sehe einen Taubsee bei Long Key. Ja, ich trainiere gerade mit Taubsee. Und, ähm, Attacken wie Konfustrahl, Hypnose. Das ist ja egal. Ja, ich gibt ja